Und da sind wir wieder bei Salt & Sanctuary. Ja, Salt und ich bin Sanctuary. Hast du eigentlich auch Dings gestartet? Audacity? Ja, Audacity läuft. Warum machst du das? Immer wenn du das machst, ich bin rausgetappt. Sorry. So, jetzt nicht einfach reinrennen. Pass auf, hinter uns. Warte, wir springen wieder zurück. Alter. Du Mistgeburt. Ich habe mehr Ausdauer als du. Ja, stimmt, man kann durch Gegner durchrollen. Aber man kann nicht durch die durchlaufen. Oh, mein Gott. Du weißt aber, dass ich den Speer benutze und deswegen auch mehr Ausdauer verbrauche, ne? Alter, der Typ, ne? Der ist so aggressive, äh. Oh shit. Den habe ich nicht gesehen. Alter. Achtung. Rennen, rennen. Fuck. Ich wusste nicht, dass es da hochgeht. Ja, ich auch nicht. Das hätte uns jetzt zwar fast umgebracht, aber Alter, der Leck. Ja, der Leck war, der Leck war wie. Boah, ich hasse die. Ich hasse die singen. Warum hat das Spiel... Alter, übertreib. Übertreib. Ich muss direkt nochmal treten. Oh mein Gott, das ist so fähig. Alter, was geht hier ab? Wie sind das? Die Aufnahme geht schon. Wir sind zwei Minuten und wir sind einfach immer noch nicht vom Start gekommen, weil wir die ganze Zeit einfach wegvergewaltigt werden. Also unten ist der Ritter, der uns vergenustferkelt. Warte, warte, wir haben Pfeil im Bogen. Ja, und ich hab äh... Alter, bei mir gibt's jetzt Abendessen. Ist egal, ist egal. Wir machen die Folge noch. Hab nur eben kommuniziert... Warte, warte, warte. Ich muss gucken, wie das funktioniert. Warte, ich muss gucken, wie das mit dem Bogen funktioniert. Ach du Scheiße. Bei mir hast du gerade hoch gezielt und der Pfeil ist einfach nach links geflogen. Pfeil... Pfeilschießen ist wirklich... Ne. Alter, nein. Du musst... Du musst immer noch mit den rechten Trigger, äh... zielen und dabei musst du Y oder 3 gedrückt halten. Was ist das denn für eine Steuerung? Ich unterstütz dich! Aus Schiss! Scheiße, das war ein Item, das man sammeln konnte. Unterstützungsfeuer! Du nutzt viel zu selten meine, ähm... Alter. Oh, der Leck. Ich bin grad wirklich hart auf den Sack mit den Lecks. Der Leck ist aber auch nur an dieser Stelle immer richtig krass, dass dir das aufgefallen? Ja, jetzt wo du's sagst. Okay. Einzeln. Ja, warte. Pass auf. Nicht, dass du den da hinten triggerst. Du hast ihn getriggert. Ja, warte. Ich hab doch Pfeil im Bogen. Das... Guck mal. Genau das wollte ich... Alter, wie weit kann der werfen? Oh mein Gott. Beschützt mich, Junge. Ich guck mein Leben an. Okay. Okay, er kommt. Mann, ich will mit Kreis immer rollen, aber es funktioniert nicht. Warte mal. Nein! Ich brauch Leben! Nein, du bist tot! Leck mich! Ich will mit Kreis immer rollen, wie in Dark Souls. Ja, ich will das auch immer. Aber man rollt... Warum rollt man mit der Schultertaste? Ich check das nicht. Warte mal kurz. Ich ändere das jetzt. Sonst komme ich nicht dazu, die Rolle zu benutzen. So, Spiel, Steuerung... Ähm, damit sammelt mein Items auf. Das ist voll dumm. Remap Keys. Benutzen. Springen. Warum sagt der mir, springen ist A, ist springen A. Ja, ist es. Scheiße. Okay, dann mach ich halt Benutzen auf die Schultertaste. Das ist immer noch... Ja, das ist okay. Okay. So, und... Ähm... Rollen. Wo ist hier rollen? Achso, hier. Rollen. So. Ich muss mich nur dran gewöhnen. Wir haben beide, äh, Leben verloren. Manche mehr, manche weniger. Vorsicht, der kann echt weit werfen. Der kann echt weit werfen. Alter. Ich merz. Man, ich muss das später wieder umstellen. Ich will jetzt die ganze Zeit mit der anderen Taste rollen, auf der ich das jetzt nicht mehr hab. Oh mein Gott. Oh, was ist das für ein krasser Hekt, Junge. Nein. Fuck. Was wollt ihr nicht? Lass mich trinken. Als ob der mich getroffen hat von da oben. Mein Gott. Ja. Alter. Wir kommen nicht weiter. Wir kommen nicht. Es sind schon sechs Minuten, aber wir sind nicht ein Stück weitergekommen. Boah, Alter. Das ist so verwirrend. Ich muss es wieder umstellen. Fuck. Steuerung. Möge Divanas Licht auf euch scheinen. Der, was Licht umfasst alle Dinge, seine Wärme fühlt man sogar in den Schatten. Ich bin eine Frau und habe eine männliche Stimme. Alle Kreaturen bahnen in ihrem Licht. Möchtest du mein Badewasser trinken? Das nehme ich als folgentitel. Möchte sie den Wadwasser trinken. Alter, Alter. Alter, was für ein krasser Leck alter. Oh mein Gott. Oh mein, get bin ich tot. Warum! Ich wollte ich mich strengen. Du stürmst einfach immer. Lebe doch einfach mal. Wer ist beim Boss gestorben? Ich oder du? Wir beide. Sie ist ein bisschen zu schlecht für dieses Game. Ich bleib einfach hinter dir. Oh shit, ich dachte ich könnte ihn jetzt nicht posten, aber er hat einfach auch gehört zu blocken. Achso, oh mein Gott, ich denke immer ich bin du. Was bringen eigentlich diese Fackeln? Keine Ahnung. Ahja. Warte. Ne, ich hab schon ausprobiert, achso. Au, au. Die pullen die jetzt einfach, ja. Geh nicht zu nah. Einfach hier bleiben. So, jetzt nehmen wir den da oben. Nein, 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 nein. Ich hab gerade noch wegziehen können. Oh shit. Oh, der Hund. Ist immer ein bisschen vorsichtiger. Noch ein bisschen vorsichtiger. Da kommt der zweite Krüter. So. Ha, ha, ha. Und du bist davon weggelaufen. So. Ha, 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 ha. Das wollte ich wieder mitbeben. Ja, ha, 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 ha. Ausweichen. Komm mal mit nach oben. Weil da oben ist gleich nochmal so ein Typ, der wirft. Ja, Moment. So. So. Fuck. Meister, der Jump in Ones nennt man mich auch. Das ist der, der, das ist der, der mich das allererste Mal getötet hat. So. Okay. Guck mal, wie viel, warum hast du so viel Salz? Du hast mal in Salz eingesammelt, als ich gestorben bin. Du sammelst auch das Salz von denjenigen, der tot ist. Hm. Vielleicht bin ich einfach wesentlich weniger oft gestorben als du. Ja, aber jedes Mal, wenn, äh, wenn ich sterbe und ich das, äh, einsammeln würde, würde ich es ja wieder zurückbekommen. Tja, die Frage ist, wie viel kriegt man denn zurück, kriegt man alles zurück? Wollen wir unten oder oben? Okay, gehen wir erstmal unten. Alter, ich hab da nur... Du dachtest, ich wär ich und du... Nein, ich wollte die ganze Zeit dieses Scheiß fast zerstören, aber das, äh, Hitbox von dem Ding hier war nicht breit genug. Okay, das war, das Geräusch war gerade sehr... Ja, ich dachte auch gerade, es wäre eine Falle. Es ist eine Falle. Ach, warte, wir haben fackeln. Ja, wollte ich auch gerade. Hä, ich denke, man macht die mit... Achso, man muss gedrückt halten, okay. Oh. Eine Kettenhaube. Und Kettenhandschuhe. Warte mal kurz, kann man hier hoch springen vielleicht? Nee, das wär auch zu. Ah, erstmal ein Durchziehen. Easy gewesen. Geil. Das ist ein Shortcut, oder? Du bist doch voll Idiot, ne? Soll ich weiterlaufen? Jetzt wird mir wieder zurück, ne? Nee, nee, ich geh weiter vorwärts, will ich sagen. Vielleicht haben wir das Glück und da vorne ist kein Boss. Aber wie du siehst, hast du meinen Salz nicht gesammelt. Ich glaube nicht, dass das jetzt im Abgrund ist. Hier kommt ein einfach Soldat, äh? Hä, das ist doch der Typ, den wir am Anfang gesehen haben. Ich hab ja gesagt, der ist den hier. Wir, wir, wir würden hier nicht mehr weiterkommen. Wir sind ja vollkommen umsonst. Und dann geht's doch einfach weg. Ich bin doch nicht der Typ. Ne, ich bin nicht so dumm. Okay, wir müssen tatsächlich in das Dorf. das heißt ich bin umsonst hier müssen wir auch noch hoch aber dann lassen obwohl egal einfach selber da hoch aber der will nicht höher er will nicht höher lass mich lichtgefäß mir nicht hast du ein plan wo wir jetzt lang müssen ja das dorf und zwölf minuten wir müssen das dorf nach unten warte ich habe auf ich habe ein level aufstieg ich könnte mir jetzt noch mal maximale traglast erhöhen wie lange geht die folge schon 13 minuten wie bitte 13 minuten 13 minuten ok ich bin schneller als du das ist einfach weil du so fett bist warte vielleicht kann jetzt eine hallo oder so bei der kaufen hallo freund eben schon kaufen hier müssen wir wirklich gold stücke ausgeben ich weiß nicht ob sich das lohnt werden wir bei der hallo locker kaufen die erinnerung an das versprechen könnte ein schmied genutzt ich kaufe mir jetzt einfach die hallo ich habe jetzt eine hallo gekauft ja locker war doch upgrade material war für ein schmied gut wenn das verschwendung war mit beide geld verschwendet es gibt so viele lustige situationen in dieser folge ich weiß echt nicht was davon ich als inspiration für meine für meinen folgen nehmen soll auf aufgefährte das ist das letzte was ich nehmen für gondor hast du herr der ringe gesehen spaß ich hab dich das schon so oft gefragt ungenaut zu sein zweimal aber trotzdem dreimal ich zähle aber nicht mit keine sorge das ist echt belastend dass du das ding da zerstört hast nein der will geist ist ein weg ja genau lauf mal bis dahin geh weg wir holen uns hier den checkpoint checkpoint charlie checkpoint charlie es ist echt dieses spiel ist genauso gnadenlos wie dark souls es ist einfach unfair weil man weiß nicht welcher charakter ich weiß gerade wer ist immer und es leckt also wir haben wir haben erhöht erhöhte schwierigkeit apropos leck ja genau hedermausflügel geil ach ja stimmt das war hier wo wir gereckt wurden und da ist diese falle die mich jedes mal ich wusste ja dass sie da ist aber ich kann halt einfach nichts dagegen machen das ist geil ich müsste da durchrollen das ist so geil dass du auf diese falle reinfällst reinfallen würde es heißen wenn ich nicht wüsste dass sie da ist oh gott oh gott der köter da ist das problem scheiße hättest du ihn mal nicht gehittet jetzt an der stelle wir hätten den reposten können blocke der rückkehr ok ich glaube das ist so einer wie die schwarzen ritter oder silberritter oder sowas das kann sein alter alter warte 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 ich habe pfeil und bogen lass uns das wir ihren männer klären ich weiß nicht wer ich bin ja egal da habe ich wenigstens mal ein pfeil zurück bekommen beutel voll salz haarlocke wir haben drei haarlocke scheiße wir hätten das gold nicht ausgeben sollen du hast doch das gold fast wieder zusammen da geht es wohin da geht es wohin siehst du das versuch da rein zu springen weil für mich zählt das nie hier ich dachte gerade das wäre ein npc hatte ich gesagt fairness doll alles klar alter hast du das ist wahrscheinlich der gang hier unter der stadt von dem der typ geredet hat sollen wir nicht erstmal noch in der stadt weiter gucken bevor wir hier lang gehen ich glaube da kommen wir nämlich in das gebiet alter hoffen scheiße ne guck mal wir sind auch genau an der stelle auch achso dann hätten wir da oben wahrscheinlich noch irgendein item wo uns rum ne da oben war ja nichts mehr da siehst du da oben ging es nicht mehr weiter ja dann nach rechts ne ging es nicht mehr weißt es nicht oh siehst mal was du es lass erstmal noch da hinten links weiter schauen ich habe ja gesagt wir sind überall fallen da müssen wir echt aufpassen was ist das oh neugierter welch kreatur bleibt angesichts ein 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 ich finde es schön dass du gerade redest während ich kämpfe und sterbe wegen den lag alter keine ahnung ich habe es leider nicht gelesen orte sind nichts ohne feucht ich sehe einen mut alter ich will noch nicht mit dem reden es ist jedes mal die gleiche art wie alle oh 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 wo ist der mal mit dem du geredet hast ja das war ne vogelscheuche und die ist jetzt weg weil ich mich ja oh ich konnte mich nicht drauf konzentrieren was sie gesagt hat oh ich hatte gerade Angst oh mein god der lag alte der hat mich was darunter gebracht Oh Gott! Wie du gestorben bist! Ich will jetzt nochmal da hoch und schauen, ob... Warte, lass mich doch meine Tränke reviven! Oh, das war grad eine 10 von 10, wie du gestorben bist, das ist dir bewusst? Ja. Jedes Mal das Gleiche! Der zweite steht auch auf. Oh ne, der ist weg! Die Vogel scheucht ja. Alter, dieser Leck. Wie hat man nochmal seine Waffe in beide Hände genommen? Keine Ahnung. Ich weiß, dass das ging. Alter, man kriegt trotzdem Schaden dadurch. WTF? Ich bin da halt sogar durchgerollt. Jetzt geh nochmal zurück. Ich will nochmal versuchen, da durchzurollen, das muss doch möglich sein. Wollen wir erstmal gucken, was unter dem Schmied ist? Weil neben dem Schmied ging's weiter. Ja. Ich glaub, die Folge ist, by the way, auch zu Ende, oder? Ja, ist sie auch. Was ist denn das für ein Bullshit? Ja. Das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja.